Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem dritten Teil unserer Feuerwehrmann-Sam-Geschichte, der Feuerlöscher. Mal sehen, wie es weitergeht. Ah ja, da ist er ja. Norman, halt da aus, ich komme. Schnell Norman, steig aufs Rettungsbrett. Ja, ja, mach ich. Okay Norman, wir sind wieder an Land, du kannst absteigen. Was hast du denn gemacht, Junge? Man geht doch nicht baden, wenn man nicht schwimmen kann. Oder wie bist du sonst ins Wasser gefallen? Äh, ja, 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 ich bin ausgerutscht. Hm, naja gut, kann ja mal passieren. Jetzt geh lieber nach Hause und trockne dich ab. Äh, ja, ist gut, okay, mach ich, danke. Äh, hä, hä, oh, oje, oje. Ah, Norman, gut, dass ich dich noch erwische. Was ist denn passiert, mein Junge, geht's dir gut? Ach Sam, es tut mir so leid. Ach, Quatsch, Norman, das ist doch unser Job. Wir würden dich jederzeit wieder retten. Hm, du bist auch ein guter Junge. Ähm, ja, also Sam, ehrlich gesagt... Weißt du was? Komm später einfach in der Feuerwehrstation vorbei. Wir müssen jetzt erstmal weiter. Geh du besser nach Hause und trockne dich ab. Ähm, ja, o-ok, mach ich, mach ich, danke. Und danke auch an dich, Tom. Ich weiß, du hattest heute deinen Urlaubstag. Danke, dass du den Einsatz für mich übernommen hast. Ach Sam, Mensch, kein Problem. Wir sind doch Kumpels, hm? Hm, vielleicht hab ich's diesmal wirklich übertrieben. Immerhin sind Sam und Tom extra gekommen, um mich zu retten. Nur, weil ich einen Feuerlöscher gemobst habe, um Spaß zu haben. Oh Gott, ich hab so ein schlechtes Gewissen. Die werden bestimmt stinksauer auf mich. Aber ich muss es ihnen einfach sagen. So, ich sag's ihnen jetzt. Hallo, Leute. Ah, sehr gut, mein Junge. Du kommst genau richtig. Wir machen gerade einen Kurs in Erste Hilfe. Setz dich hin, dann kannst du was fürs Leben lernen. Okay, Norman. Schau gut zu. Wir üben gerade die Herzdruckmassage. So, dann drück dir also auf das Herz in einem ganz bestimmten Rhythmus. In etwa so hier. Ha, 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 ha. Stayin' alive, stayin' alive. Und danach kommt die Mund-zu-Mund-Beatmung. Äh, wir, wir machen was? Ach, entschuldige, Elvis. Meine Übungspuppe ist mir leider verloren gegangen. Äh, aber, aber du kannst doch nicht. Ach, nun stell dich nicht so an, Elvis. Das ist für rein medizinische Zwecke. Ich, ich hab den Feuerlöscher gestohlen. Aha. Deshalb fehlt uns also ein Feuerlöscher. Ha, ich wusste doch, dass ich mich nicht verzählt habe. Ja, ja, schon gut, Crelington. Norman, was hast du dir dabei gedacht? Es tut mir leid. Ich wollte doch auch nur so ein cooler Feuerwehrmann sein wie ihr. Aha, darum geht es also. Du willst also ein Feuerwehrmann sein, hm? Vielleicht gibt es da eine bessere Lösung, als unser Equipment zu stehlen. Wow, wuhu, man macht das Spaß. Na los, Norman, betätige mal das Horn. Und ich habe auch schon eine Idee, wie du dein kleines Vergehen wiedergutmachen kannst. Äh, aha, und die wäre? Ich freue mich, dass Norman Price sich bereit erklärt hat, unsere Übungspuppe zu spielen. Sam, du bist dran mit der Herzmassage. Oh, Mann. Klickt hier für mehr tolle Geschichten.